Moin Leute, willkommen bei Hexe zwischendurch, Part 4 und... ja, ich möchte noch was irgendwas sagen. Nö, aber der Fisch ist mit dabei wieder. Ja. Ich brauche ja nichts sagen, das machst du ja mal gerne. Keine Ahnung, mir fällt erst nichts ein, was ich sagen soll, dann sag ich eben kacksam. Ich habe nur noch ein bisschen vom Elektrik. Guck ich gar nicht ein. Wenn du jetzt Schaden hättest. Ja, wenn ich Schaden hättest. Dann müssen wir jetzt in diese Richtung. Mein Stab ist weg. Wieder geht dein Zauberstab. Der ist weg, kaputt. Der ist weg, kaputt. Jawohl. Nein, das hat kaputt sein. Das müsste einfach direkt wechseln. Ich glaube, wir sollen diese Richtung. Ich glaube, wir sollen den Basis zusammen machen. Wenn man machen, wenn du willst. Mal da vorfliegen, in diese Richtung. Okay. Jetzt habe ich wieder verloren. Oh Gott. Das ist schrecklich. Aber du bist in die gleichen, ich höre dich. Okay. In diese Richtung hier, wo ich jetzt gerade hinfliege. Okay. Aua. 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 Ach, da bist du. Okay, ich sehe dich. Ich habe auf dich gewartet, weil du ja Aua gesagt hast. So, jetzt kommen wir gleich wundert. Jetzt machen wir es so, wie ich. Immer los drücken, bevor du unterwegs bist. Ja, Spaß für die folgenden Zauberstaf. War mal direkt mein eigenes Schiff. Von dem bekommst du die Essenzen sehr oft. Okay. Alter, Jolo. Das hat er denn gedroppt. Okay, ich habe irgendwelchen Schaden bekommen. Da war bloß Eisen drin in der Kiste, wenn du willst, kannst du es haben. Nö. Ja, hast du, wolltest du so schwindelig? Es ist nicht geschlagen. Alter, da hinten ist ein Tower, aber da war schon niemand. Da steht eine Werkbank. Ja, wir gehen so. Lassen Sie es so weiter gehen. Jetzt kannst du anfangen zu töten, weil er es jetzt richtig hat. Alter, 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 Alter. Hast du einen Dunkelheitseffekt? Nein. Ich schon. Okay. Oh, 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 guck, guck, der hat jetzt, guck mal, was ich gerade bekommen habe. Der hat jetzt solche Essenz geschlossen, nicht solche. Nein. Alter. Dann kann ich dich nicht heilen. Hast du volles Leben? Ja, jetzt habe ich wieder. Aber ich habe Pfeile vergessen, die zu nehmen. Hast du welche dabei? Ja. Klar. Yolo, ey. Oh, ich dachte, hier gibt es einen richtig harten Boss, will ich dir gleich nichts sagen. Okay. Steck dir nur fest. Yolo, Yolo, Yolo. Ey, cool, der hat sich so einen Kopf gewonnen. Nein, 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 nein. Ja, warte. Warte, warte. Ich will dich gerade an fünf Leuten töten, das ist alles mein stuff, 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 boah, die scheißten Leute im Bogen, ey. Ich bin richtig stuff geil, so. Ja, ja, kennst du mich doch. Alter, hilfe, hilf mir, hilf mir, hilf mir hier unten, hilf mir und ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich bin selber, ich bin selber, ich bin selber drin, ich helfe dir, ich helfe dir. Keil ich mal. Ah, ich muss weg. Ich versuch die mal, ich versuch die mal zu töten. Oh, die haben einen Healer, deswegen kannst du dich nicht töten. Ich esse der Healer, weil ich esse der Healer. Wer hier mit dem VW, ich hab ihn getötet, der hat was getroffen, jetzt will ich mal aufheben, kurz. Nein, ich bin tot. Echt? Jolo, nein, oder? Doch. Bist du tot? Schnell, nimm meine Anfrage an. Schnell. Ich bin gerade im Wasser, ich meine Map auf, ich muss kurz. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich fliege mal kurz aufs Schiff, dann nehme ich an. 6, 6, bbt, t, t. Du musst nur noch mal oben drücken beim Chat. Stimmt, habe ich ja voll schon gemacht. So, jetzt bist du da, ich beschütze dich. Schiff. Oh, ich sehe mein ganzes Stuff, ich sehe mein ganzes Stuff. Ach, du heilige Scheiße. Wo bist du? Soll ich dir helfen? Nein, ich bin unter Wasser. Dann waren das deiner Sachen, wo ich runterschwimmen gesehen habe. Oh, ich scherp. Oh, einen habe ich ja nicht gewonnen, als ich runtergeflogen bin. Dann haben wir hier noch einen mit dem Handgunner. Und sagt, ich glaube dir, das ist noch richtig wenig, was du hier unten sehe. Oh, mit so viel, die hat er. Ich glaube, ich sollte mich eindeutig bei dir... Von dem habe ich den meisten Stuff bekommen, von diesen Dingen. Ich glaube, ich sollte mich bei dir da irgendwo mit auslassen, hier. Oh, cool, ich habe einen Crystal Bow. Ist das, habe ich deiner? Ist es deins? Äh, ich schau gerade. Ich habe einen Schwer für dich, einen Diamonds Swords. Äh, Diamonds Swords, ein zweites habe ich jetzt bekommen. Oh, meine ganze Rüstung. Alter, das ist meine ganze Rüstung. Da ist meine ganze Rüstung. Jetzt kommen meine Quick, jetzt kommen meine Bro-Schüsse raus. Ja, warte, lass mich eben alles sortieren wieder hier, dann kann ich wieder mitzaffeln. Äh, so, ich habe, also hier, alles, ja, vier. Essen, Bogen. Da ist da immer noch so ein Schwuchtel-Tipp rum. Will er mich verarschen? Okay. Einen halben Ding noch. Und die hat Dings drauf, Vergiftung. Wenn ich den Schlag, dann bekomme ich Vergiftung. Richtig scheiße. Komm, sterb doch. Sterb! Wo ist der? So, ich sollte, glaube ich, wieder gut ausgerüstet sein. Ich habe zu Not Potions mit. Oh, oh. Du siehst, ich darfst noch mal was essen, hä? Ja, warte, warte. Und wenn du die Kills bekommst du voll, ich habe jetzt schon einen halben Stack, ähm, Dings. Hallo? Oh, der Hell, das ist schon wieder so ein scheiß Vergiftungstyp. Alter, kack dir doch ins Gesicht. Er hat schon wieder einen Bogen trocken gelasften Ironbow. Die machen immer solche scheiß, äh, Spyder, äh, Spinnenleben. Alter. Bist du unten drinnen? Ja. Das sind voll viele Kisten eigentlich. Egal, erstmal alles raus, den Dach wegschmeißen. Ich weiß nicht, wo du wirst. Oben, oben, genau über dir. Und ich habe noch ein halbes Herz. Oh, Junge. Alter. Nein, 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 nein. Muss weg, Alter. Alter, wie schwer ist das denn hier? Wie kann man denn, wie kann man denn heilen? Zieh uns rein! Wer hat dich für, äh, HK mit so einem Spider-Core? Junge, ich denke, da drinnen so ein Fock weg. Nein! Halte mich selbst. Nein! Halte mich selbst. Tot. Fuck, ja. Hier, pep' ich mal zu dir. Alter. Guck mal, es liegt ihm alles auf dem Boden drauf. Also ich kann gerade nichts machen, irgendwie leckt das bei mir. Honk. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Alter, der hat mich mit so einem scheiß Corkweb-Ding, glaube ich. Alter, du näherst, du näherst, du näherst aber sowas von. Okay, der ist schon mal tot. Oh, hier kann man nicht, ey, man kann dich nicht unterscheiden zwischen denen. Ich bin ganz oben auf dem Berg, ich hab' auch wieder alles wiederbekommen, außerhalb meiner ganzen Level. Ich hab' Leder-Schuh, was will ich mit Leder-Schuh, Alter, meine Rüstung ist fast im Arsch, meine, meine Kaktus-Glue, äh, Kaktus-Legends. Ich hab' Electrical-Sense bekommen. Aber ich steck' hier diesen scheiß Dingern fest, ey. Boah, nervt nicht, hier frisst das. Nein, 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 ich hab' Ich bin so ein Idiot, ich hab' irgendwo gegen geworfen. Wie kann man sich denn heilen? Du bist tot. Nein. Da selber kann man sich gar nicht heilen, ich hab' dir gesagt, wir müssen gegenseitig heilen. Ich seh' dich nicht. Richtig scheiße, gell. Ich bin oben auf dem Berg, dann komm' ich wieder runter. Ich hab' dir gleich mal so'n Big Sword, so'n Diamond Giant Sword, dann hast du, machst du mir Herzensschaden. Ja, ich hab' ja so'n Ding. Ja, aber du hast ja bloß ne Iron, ich geb' dir mal ein Diamond. Ich weiß ja nicht, was der Fokus ist. Boah, der tut sich immer wieder heilen, der Typ, ey. Aber der kann sich nicht selber heilen, jawoll. Oh, nein, 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 ich geh' drauf, ich geh' aber sowas von drauf, oder? Ne. Ich hab' nur noch drei Herzen. Bist du noch da? Ja. Gut. So. Also, ich hol' mir erstmal grad'n bisschen Stuff hier ab. Ich geh' jetzt gleich mal zum Boss und mach' den bisschen heizen mal ein bisschen rein. Und hab' ich Senzen willkommen, ich weiß aber nicht welche. Ja, er muss drauf, geh' aber mal mit der Maus, dann hast du es ja wieder. Ja, ich muss wohl. Ich schau' gleich sofort. Muss ich erstmal irgendwo wieder verstecken. Ach, dein Junge, stirbt doch, Alter. Wind is sensens. Oh, der Electric is sensens hab' ich bekommen, jawoll. Oh, diese hässlichen Typen mit ihrem hässlichen, wenn man die schlägt, dann bekommt man selber schlagen. Das ist voll Kacke. Ja, das ist Dornen. Ne, das ist nicht Dornen, das ist so'n, ähm, so'n Dings, äh, sag' mir so'n... Ja, das ist Dornen auf Wüstung zu haben. Das hab' ich auch. Ja, aber da bekommt man ja eigentlich kein Dings. Oh, ich hab', lol, viele Dings. Ich brauch' oben Dings und Hose. Bist du ganz oben? Bist du ganz oben? Was ganz oben? Siehst du meinen Namen? Ne. Da, wo ich jetzt bin, kann ich jetzt direkt zum Boss rein. Okay. Halt mich mal eben. HILO! Da ist der Boss! Guck mal, wenn du reinguckst, ist der Boss. Nein, ja, lass... Geh' mal, lass mich mal gucken. Guck mal, da drin ist der Boss. Guck mal, hier ist dein Schwert. Na, warte. Oh, ich geb' von der Zeit... What? Oh. Wie bei... Nein, 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 der ist rausgekommen! Scheiß, ich hab' den rausgelassen! Oh, YOLO! Rein, 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 rein! Ach, und der klont sich, da muss man immer aufpassen. Ich geh' erstmal gar nicht rum. Und der Mach kann sich unsichtbar machen. Komm mal bitte rein, helf mir! Ich kann nicht, ich bin grad... Irgendwo ganz oben, oder so. Komm runter! Ich wusste nicht, dass der so groß ist. Dieses Schwert, was der hat mit den Kammern, das bekommen wir zwar nicht dann, aber wir bekommen... Warte auf, geh' weg, geh' weg! Jetzt hab' ich Schaden bekommen! Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich... Nein, 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 nein! Oh! Boah! Ey, komm mal zu mir, dann heil ich mir uns gegenseitig mit unseren Zauberstäben. Ja, ich muss da aber grad... Loll, der läuft die Treppe runter, der läuft die Treppe runter, du Scheißkind! Bleib da! Er will abhauen von uns! Oh, oh! Komm mal, komm mal! Ich bin ganz oben, ich bin ganz oben, ich bin ganz oben! Heil mich, heil mich! Bitte, 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 bitte! Ja, weil ich kann nicht, ich... Da unten sind wir, ich kann da nicht hin! Piep mal, wo bist du denn? Er hat noch 170 Leben, vielleicht krieg' ich's auch so hin! Ich weiß nicht, wo du bist! Ich hab' ne Ahnung, wo der hin ist, der hat sich jetzt runtergeportet, komm mal mit! Der ist jetzt hier irgendwo in der Schlucht! Hä? Holter! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, wo ich bin, siehst du mich? Mit restlich auf mich, dann kannst du mich heilen mit diesem Zauberstab! Oh, wo ist der hin? Oh, komm mal in den Raum rein, komm mal in den Raum rein, schnell, 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 schnell! Ich... Ne, vor dem hab' ich keine Angst! Ich mach' mir eher so, weil ich frag' mich eher grade, wo der Boss hin ist! Komm' wieder zurück, komm' wieder zurück, komm' wieder zurück, komm' wieder zurück! Lass' uns erst mal heilen hier! Du gehst ja mal rein! Ja! Wir können uns immer abwechseln! Oh, der Pisse, Alter, mit seinen komischen Spinnenweben! Komm' in die Hecke! Wie viel die aushalten, Alter! Ja, das ist das Problem! Na, warte! Im Heilen hier! Zack! Irgendwie funktioniert das nicht mit dem Heilen! Wir können uns hier heilen! Guck mal! Hier können wir heilen! Und da muss ich da länger drauf bleiben, guck mal! Na, ich hab' gern... Dadurch geht mal Schaden, dann komm' mal her und drück' mal die ganze Zeit gedrückt! Ach so! Du musst, äh, musst schlagen, um einzuheilen! Ach so, okay! Ich wusste auch nicht! Ja, ich wusste, wie gesagt, ich weiß ja gar nichts von... Oh, Sensen! Jawoll! Erstmal in die Ecke rein drücken! Ich glaub' auch! Ist das jetzt ein schwerer Hammer oder nicht? Hier! Oh, kann man benutzen? Ah, Kohle ist wieder genug! Das ist stärker als seines, gell? Kann sein! Ah, hinter dir! Was? Ah jo! Aber ich hab' keinen Platz mehr im Inventar, so sieht's auch aus! Das ist super, danke! Ach so, ich wollte dir noch Nahrung geben, hier! Zack! Und, äh, Pfeile wolltest du haben, ne? Ja, Pfeile! Pfeile wär' richtig! Warte mal, wo hab' ich denn meine Pfeile? Hab' ich die jetzt nicht mehr? Egal, erinnert sich nicht so schlimm, ich weiß einfach, wo man sie kriegt! Ich hab' mal kurz ein bisschen meiner Erd zu verstauen und so! Ja, ich wollte gerade auch alles verstauen! Doch, hier hab' ich meine Pfeile! Da hab' ich paar... Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind! Sind bestimmt irgendwo untergegangen! Ah, das kann eigentlich auch weg! Was hab' ich? Auch Verbrennung auf dem Ding hab' ich! Verbrennung auf dem Buch, okay! Danke! Hast du auch so'n Crystal Bow? Ne, ich hab' ähm... Einen Iron hab' ich! Doch, ein Crystal Bow, Stecker 1 hab' ich! Dann kann ich den gegen den Iron tauschen eigentlich! Das mal weitergehen, weil der müsste ja irgendwo sein, und wenn wir den töten, dann gibt's erstmal richtig schön Level und so! Das ist super! Was ist eigentlich mit der ganzen Kiste, die hier ganz oben ist, hast du dich schon ausgeräumt? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Der verteidigt sich, du dann hinter den Tippen steht auf! Oh, Leute, ich sterbe weiter! Gott sei das PVP! Gott sei das PVP aus ist, ey! Der macht sich unsichtbar! Ja, das wird dir wieder gefallen, nicht unsichtbar zu machen, gell? Ja, 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 ja! Schnell, 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 schnell! Wo ist er? Jetzt hat er sich jetzt teleportiert wieder! Da, 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 da! 1.30 Uhr, 22, 14, 13! Jawoll! Was hast du bekommen? Äh, Diamanten! Hunden! Wie viele Dealer? Ah, da liegt sein Schwert, und man wird ihn wieder wegbekommen, aber das verboten auf dem Server, weil man sich damit durch Wände teleporten kann! Nö, sonst habe ich nix! Geh mal zurück! Bis hin, glaub man, bis zurück siehst du's? Ja, ja, hab ich schon gesehen! Nö, ja, zwei Diamanten habe ich noch! Und zwei electrical senses! Schön! Du hast alles, was du darfst! Also Stäbe! Nö, hab ich nicht! Ja, ich meine Heim! Irgendwo! Genau, heil du mich! Heil du mich! Ja, schönes Teamwork hier! Ja, ist doch besser so! Da müsste auch noch was drin sein, oder so! Hier, geh runter! Hier ist ne Kiste! Oh, geil! Oh, geil, da ist ne Hose drin! Alter! Schon wieder so ein Eierkopf! So ein Eierkopf! Wir haben jetzt eigentlich die ganze Burg, also schon mal... Normal gibt also so zwei... Da gibt's so zwei Buchten, aus der anderen Seite wäre da noch eins. Aber da wir jetzt grad mit allen fertig sind... Warte, wir können mal... Jetzt ist die Bucht eigentlich fertig! Sozusagen! Ne, 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 ist noch nicht fertig! Komm mal zu mir! Ich hab keinen, äh... Wir hätten den wichtigsten Raum, hätten wir vergessen! Dann versuch, hochzulaufen! Geh auch den Weg hoch! Den wichtigsten Raum hätten wir vergessen! Da ist alles voll mit Kisten! Ja, war's schon nur im Ding drin? Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Ich hab ne Living Metal X bekommen! Okay... Ja, warte, ich suche mir grad mal... Ich hab irgendwo Steine da... Oh, Schuhe... Da brauch ich grad im Moment noch nicht... Haben wir hier ziemlich viel... Nice, so... So... Dann hab ich hier nochmal ein Scroll of Escape... Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann... Äh, da hast du... Äh, da hast du Rest... Äh, Restklick gedrückt... Dann teleportest du dich zu deinem Home, wenn du da... ...geschlafen hast... Ach so... Also... Hier, guck mal! Ich hab was für dich! Gesenkt! Oh geil! Ist das ein kleines oder ein großes? Keine Ahnung... Ich glaub, das ist ein kleines... Ja, ein kleines... Naja, hab ich jetzt vier Stück schon mit... Hahaha... Naja, ist auch nicht... Ist ja auch nicht schlimm... Ach, diese Scheißdinge, Alter... So viel Müll hier im Inventar... Ja... Da krieg ich mal ein Deadpack, wo ich bloß die Essenzen rein tun... Dann hast du genau einen Überblick drüber... Naja, das kann ich nicht... Obwohl, das... Warte mal... Das sind alles Essenzen... Dann tu ich die mal... Alle da rein... Guck mal, guck mal... Nimm hier mal den Kopf hier... Warte, ich geb jetzt mal den Kopf... Den hebst du... Wenn du Knochen hast... Hast du Knochen vielleicht bei dir daheim? Oh... Ja, daheim, ja... Dann... Dann legst du ganz unten im Graftingfeld... Links unten in der Ecke legst ein Stick hin... Dann in der... In der Mitte im Graftingfeld... Den Kopf... Und dann außenrum... Äh... Äh... Außenrum die... Dings... Die so... Gib einfach mal Giant Sword... Gib mal Giant ein in... In dem Suchding... Ja... Giant... Ja... Sicher... Ja... Dann kannst du das... Dann kannst du das craften... Das ist ziemlich gut... Ja... Welche sind eigentlich wohl das Beste? Schon was ändern, ne? Oder das Living... Das Änder finde ich eigentlich am Besten... Aber das... Das Ding ist auch gut... Boah, wie viel Fackeln ich mit hab, ne? Hier... Kannst mal ein Stack abhaben... Hier hab ich grad alle gefunden... Wir machen ein bisschen Fackel-Party... Ja, was willst du mit so viel Fackeln? Keine Ahnung... Scheiße dran... So, Essenzen... Die kommen wieder hier rein... Hier kommt das rein... Ja... Ooooo... Fackel-Party... Ich tu auch mal grad irgendwie... Fünf Stück... Eins, zwei, drei, vier... Fünf... Ja, die brauchst du, wenn du unten in diese Gobelinhöhlen reingehst... Da brauchst du so viele Fackeln von... So... Guck mal, jetzt wird's weiter lang... Guck mal... Äh... Jetzt können wir eigentlich mal kurz die Lage... Hast du keinen Stab mehr? Nein, ich hab nix mehr... Ich hab auch keinen Stab mehr... Könnte mir... Oh... Scheiße... Das heißt für uns... Das ist Pot... Pot... Pot Power... Alter... Geh mal bitte raus... So sieht's aus... Alter, was für ein schlechtes Mikro... Alter... Aber richtig... Und noch in den Regen heißt es noch auf dem Server... Dass man kein schlechtes Mikrofon haben darf... Um in TS zu gehen... Na... Komm mal mit... Hier... Ich geb dir mal ein Boot... Dann machen wir jetzt bisschen Boot Power... Okay... Wow... Boot... Wo müssen wir denn weiterhin? Warte... Ich muss Beweise vernichten... Okay... Dann würde ich sagen... Sind wir gleich wieder... In der nächsten Folge... Tschüss... Tschüss... Wenn du willst... Können wir es einfach so ein bisschen...